Leute, servus, schlechte Nachrichten, dass ja dieses Video liegt daran, dass ich heute nicht streame, die Laune ist ein bisschen im Keller, Vodafone, Meloide, ne? Ja, Vodafone hat jetzt schon, nachdem ich um 17 Uhr nach Hause kam, hat Vodafone mir direkt 4, 5 Abbrüche gedrückt und da habe ich gesagt, voila, unter Baby, das tue ich heute Abend nicht an. Ist natürlich jetzt kacke, weil ich morgen auch nicht streamen kann und Sonntag auch nicht, ne? Morgen bin ich bei einem Kollegen und Sonntag haben wir Bandprobe. Ich gucke, dass ich Montag dann direkt streame oder so. Es ist halt momentan wieder echt Servicewüste Deutschland, ne? Ne, gibt vor allem nur davon, ne? Die Digitalisierung, aber ey, meine Güte, die Ampel kann auch nicht alle Probleme lösen, ne? Weil es ist ja so, weil die macht ja schon so viel richtig, das grüne Wirtschaftswunder und haste nett gesehen, ne? Hupp. So. Da haben wir eine Notizen aufgemacht. So. Ich muss mich mal wieder aufregen, ne? Also. Ich habe die Woche was gemerkt, das habe ich bei anderen Podcasts, das hier ist ja theoretisch auch ein Podcast, wenn wir ehrlich sind, ne? Aber ich rede nicht wie ein Podcaster und das hat ja auch seine Gründe irgendwie, ne? Weil ich hasse Leute, also Real Talk, das macht mich richtig wütend, wenn irgendwelche Larrys einen Podcast aufnehmen, so für zwei Zuschauer ist egal, aber so reden, wie sie denken, dass große Podcaster reden, ne? Ja, was hast du uns denn heute mitgebracht? Ja, nett, dass du fragst. Nett, dass du fragst. Ich habe hier für euch mal, ey. Dieses. Das ist allgemeine Sache. Das ist nicht nur auf Podcaster bezogen. Das habe ich auch schon bei Streamern zum Beispiel gesehen, dass es größere Streamer gibt, die eine Meta prägen und kleinere Kackspasten, das dann einfach nachplappern, ne? Und also teilweise sind das Floskeln, die dann jeder benutzt. Chat! 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 Ne, das habe ich so oft gehört, dieses Scheiß. Chat, Verteidigung, könne mal. Könne mal, Chat. Kuss an die Abonnenten. Kuss geht raus. Hier und geht auch noch raus, ne? Boah, ich hasse das, ne? Ich glaube, von Stay und Karl kenne ich das als allererstes. Oder von denen habe ich das am aktivsten wahrgenommen. Später habe ich das von einem Schachspieler namens Kugelbuch immer gehört. Und es hat mich so abgefuckt. Ich würde den gerne gucken, aber wenn ich höre, wie der sitzt. Chat! Chat! Verteidigung, könne mal. Verteidigung, könne mal. Chat! Chat! Kuss! Oh! Ey, Genso sagt dieses Kuss auch. Absolute Aids aus der Hölle. Genso, halt deine scheiß Fickfresse. Wobei, ich weiß gar nicht, ob der das immer noch sagt. Ich weiß, es ist mir irgendwann mal aufgefallen. Hat er erst früher immer, immer Kuss geht raus, Kuss geht raus. Digga, wie so ein scheiß Delivery Service. Das geht mir übelst auf den Sack. Und bei Podcastern ist das halt genauso, dass da so eine Meta sich etabliert hat, wie Podcaster zu reden haben. Und dann übernehmen das alle. Und ich weiß nicht, ob die das aktiv machen. Das siehst du auch in Videoschnitten und so weiter. Dieses alles, dieses scheiß Meta geht mir so offen. Ey, Meta, Real Talk, Meta ist Aids. Meta fuckt mich überall ab. Auch in League of Legends und so, ne? Ey, wie gut waren die Zeiten, als du einfach gezockt hast, ne? Heute, es kommt ein neues Spiel raus. Erstmal, erstmal Charakter-Tierlist googeln. So. Nicht, dass ich hier einen D-Tier-Charakter spiele, ne? Das kann es ja nett sein, ne? Bei Multiplayern, ich mache das auch, ne? Ich muss jetzt zugeben, jetzt beim neuen Addon von WoW, abgesehen davon, dass ich das nicht wirklich viel gespielt habe. Ey, ich habe gelesen, die Zahlen sind krass und so. Ich bin seit Tagen mit einem Kollegen am Talken. Vielleicht kennt der ein oder andere Oldschool-Zuschauer den noch. Das war in meinem Leben das einzige Gast-Video, was ich hochgeladen habe, weil er mal überlegt hat, wieder Videos zu machen. Und dann meinte er so, ey, ich hatte ihn angeboten, lad doch bei mir hoch, dann kannst du dir mal so ein bisschen so die Kommentare durchlesen. Damals unter dem Namen der letzte Tite Kevin. Selber als Streamer kannte man ihn als Evenflow. Alter, halt doch dein Maulbrille, halt doch dein scheiß Maul, du dumme Missgeburtbrille. Mit dem bin ich die ganze Zeit am Talken und der ist auch so, hm, ja, ist okay. Aber irgendwie fühlt man sich ein bisschen lost. Man weiß nicht so richtig, was man machen soll, ne? Die Talentbäume sind auch teilweise eine Frechheit. Also, das Ding ist, es gibt neue Hero-Talents, ne? Das ist ein neuer Talentbaum in der Mitte. So, du hast deine zwei Talentbäume. Einer ist ja klassenspezifisch. Als Mage hast du zum Beispiel, du hast den Magier-Talentbaum, der ist für alle gleich. Und dann hast du den Spezialisierungstalentbaum, zum Beispiel Akkan. Und dann hast du nochmal einen Helden-Tree, da kannst du zwischen zwei aussuchen, ne? Und das heißt, jetzt gibt es insgesamt ein paar neue Talente, die in der Mitte stehen. Wo ist der Unterschied dazu, ob die jetzt unten stehen würden? Hätten die die unten an den Baum drangehackt oder in die Mitte gepackt, ne? Gibt es eigentlich keinen Unterschied. Nur in der Mitte sieht es cooler aus. Also, das ist halt wirklich... Die haben dasselbe wie immer gemacht, haben es aber anders verkauft und es sieht irgendwie jetzt besser aus. Ah, weiß nicht. Also, das wirkt mir, als hätte man uns versucht, etwas sehr teuer zu verkaufen, ne? Junge Fick Ubisoft. Scheiß auf Ubisoft, Leute, ne? Also nicht nur, dass die Vokel-Kack-Games produzieren, wo die Story immer weiter in den Hintergrund rückt. Das Gameplay eh... Gameplay ist eh schon lange über den Jordan, ne? Das Gameplay... Ich bin nochmal raus, ne? Weiterentwicklung kenne ich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, das müsste eigentlich gerichtlich verboten werden, was die da machen. Man kann ein Spiel auf dem PC nur deinstallieren, auf normalem Weg jetzt, ne? Mit deinstallieren. Jetzt nicht irgendwelche Dateien löschen selber, ne? Sondern die Deinstallations-Funktion von Ubisoft-Programmen funktioniert nur, wenn man sich einloggt, ne? Ich hab... Ich war schon super lang nicht mit Ubisoft drin. Ich hab jetzt gesehen, Digga, ich hab' noch Farcry auf dem PC, ne? Ich wollte mal für Speicher runterwerfen, da sagen die, sie müssen sich einloggen dafür, Walla und Tabibi. Also und ich bin über Programme reingegangen, ne? Und hier, Programme hinzufügen, entfernen, ne? Da muss ich mich da einloggen, muss ich mein Passwort resetten, weil ich nicht wusste mehr, wie mein Passwort ist, weil ich Ubisoft... Ubisoft... Ich nutze Uplay ungefähr alle zwei Jahre, wenn neues Assassin's Creed rauskommt, ne? Und Mirage war ja eine komplette Katastrophe, also hier 16 Stunden Content oder was. Ich glaub, ich war mit 6... Ich war nach 6 mit der Story oder so. Also ich hatte insgesamt, glaub' ich, 16 mit Sammeln und so ein Shit, ne? Ich hab' so... Ich hab' aber auch hier so, ne? Ich bin jetzt nicht gerusht oder so. Das ist Katastrophe, Digga. Also gegen Odyssey... Ich hab' das Gefühl, echt seit Odyssey haben die einfach den Rückwärtsgang eingelegt und haben gesagt, okay, wir entwickeln uns mal wieder zurück, jojo. Und dasselbe Team hat ja dann dieses Phoenix Ding da gemacht, da spielt mich leider... Er hat mich mehr abgeholt als bei der Assassin's Creed Teile danach, aber auch nicht so hundertprozentig, ne? Naja. Naja, die Meta, ne? Früher war alles ein bisschen entspannter. Also früher war ja eh alles besser, ne? Das wissen wir. Dank der Inflation. Aber vor allem war früher, ähm, das Zocken einfach entspannter. Heutzutage... Ey, du musst alles wissen. Da, ey, es ist halt echt so, ey, irgendwie ein neues Elon kommt, ne? Neuer Content kommt irgendwo. Du spielst online. Am zweiten Tag erwarten alle, dass du schon alles kennst, ne? Wer einer von euch dummen Hurensöhnen stellt am zweiten Tag noch eine Frage zum Inhalt. Das kann's ja auch nicht sein, ne? Dann bist du da teilweise dumm angemacht. Auch hierbei, ich spiele ja so immer mein Elon. Gut, Elon. Da habe ich ja auch schon auf dem Discord wegen so einer scheiße Beef gehabt, ne? Da gibt's einfach Leute, die spielen seit Release, die spielen seit vier Jahren, sind auf dem offiziellen Elon Discord, der in dem Spiel selber beworben wird als Anfängerfreundlich und sowas. Hier, wenn ihr Fragen kommt auf dem Discord, stellst dann eine Frage, kommt irgend so ein Huse und sagt, oh mein Gott, die Frage haben wir schon so oft beantwortet. Such dir ein Leben, du scheiß Autist. Alter, ist das abgefuckt, ne? Und dann, sonst führen die die ganze Zeit irgendwelche transaktivistischen Debatten darüber, ob die Boomer-Generation zu intolerant ist, Alter, und regen sich dann über Namen wie Gen Z's auf. Zeitgleich werden dann einfach alle alten Leute quasi als intolerante Spastis abgestempelt. Ja, beste Leben, ne? Noch so eine Sache ist, ey, ich habe das jetzt schon öfter auch in anderen Streams gehört, von diesem, zum Beispiel von Treymon, bei Stay und so weiter. Ey, ich finde den, den Umgang mit T-Tech immer noch so wild, ne? Ey, da sagt man bei, als Kronk von einem Mod von Dara direkt adressiert wurde und als Rechtsradikal, oder als Rechts, Entschuldigung, nicht Radikal, als Rechts bezeichnet worden, der sich gemeldet hat, sagt man, bla bla bla, Reichweitenverantwortung, bla bla bla, groß gegen klein, bla bla bla, muss man mal drüber stehen, ne? T-Tech hat 4.000 Abos oder irgend sowas, oder 7.000, ich weiß, warte mal. Und die hacken da mit 200 Leuten drauf rum, ne? Ey, alle gehen so auf dem 4.000, der 3.900, ne? 3.900. Die gehen damit alle Mann drauf, ne? Und dann geben denen auch diffamierende Spitznamen, wie Teilschuld Thomas. Ey, das wäre in der Schule halt legit als Mobbing durchgegangen. Aber es ist jetzt so dieses, er hat was Dummes gesagt, deswegen ist er vogelfrei, ja? So, deswegen können wir jetzt alles zu ihm sagen, ne? Das ist schon crazy, Alter. Ich meine, nach der Logik ist das Drachengame ja auch vollkommen in Ordnung, ne? Das finde ich auch immer bei Bartonex so lustig, dass er mir vorwirft, äh, dass der, der immer so dieses Drachengame, Drachengame als Vorwurf, ne? Aber dann bei, zum Beispiel mir oder bei, guck mal, das hast du früher mal gesagt, das hast du mal gesagt, Digga. Ey, wenn du mit diesem, das hast du mal gesagt, Mindset an Rainer rangehst, ne? Alhamdulillah, ne? Entschuldigung, ich habe den Holocaust mit Alhamdulillah verwechselt. Fängt ja beides mit H an, ne? Hiroshima war auch noch dabei, wenn ich ehrlich bin, ne? Es ist, äh, also, dass die den da so fettig machen. Also, T-Tech ist definitiv kein guter Redner, ne? T-Tech kann sich nicht so gut ausdrücken. Aber ein schlechter Redner zu sein, macht einem nicht zum schlechten Menschen, ne? Und ein guter Redner ist nicht automatisch ein guter Mensch, ne? Also, da muss man auch eigentlich mal ein bisschen entgegenkommen. Und dann ist es halt auch verrückt. T-Tech sagt so in einem Video, ey, mashallah, es gibt eine Studie, die sagt, dass Männer und Schwarze vor Gericht Nachteile haben, ne? Also, wenn du weiße Männer, weiße Frauen vergleichst, kriegen die, äh, Frauen, äh, Männer oft das höhere Urteil, ne? Innerhalb dieses Spielraums, ne? Wenn es heißt, drei bis fünf Jahre, Männer kriegen eher die fünf, ne? Schwarze kriegen noch eine extra Anzeige reingedrückt, nicht was? Und dann referiert Stay dieselbe Studie, sagt, ja, das stimmt, weil die Justiz, also, ne, erst mal sagt er, er redet scheiße, weil Schwarze trifft das noch viel mehr. Hat T-Tech überhaupt nicht angezweifelt. Außerdem werden Schwarze, ist die, äh, sind die Scherifsterne nach den Sklavenjägern empfunden. Okay, Digga, ich find's schön, dass du dir Dokus angeguckt hast. Wir alle flexen gern mit Allgemeinwissen, aber bitte tu das doch im Chat von QuizDuell und nicht hier, ne? Ey, das ist einfach so random auch noch so die Sklaverei mit reingebracht. Weißt du, so T-Tech so, Männer, Männer, äh, Männern wird weniger Sympathie entgegengebracht. Stay so, die Sklaverei. Okay, Digga, das Thema muss unbedingt aufgebauscht werden, sonst lohnt sich's nicht, ne? Dass, äh, Männer weniger Sympathie kriegen, ist, glaub ich, vollkommen normal. Das kann auch jeder, also es würde auch niemand öffentlich anzweifeln, der so ein bisschen mal selber nachdenkt, genauso wie hässliche, ne? Also, sind wir mal ehrlich, ne? Jeder hier von uns, wenn am Straßenrand ne schwerst übergewichtige Frau mit Cracked Zähne steht, ja? So richtig crackige Zähne, ne? Dann bist du wenig, eher, dann fährst du eher dran vorbei, als wenn da ne hübsche steht. Ist einfach so, ne? Es gibt natürlich auch andere Faktoren, also wenn ich zum Beispiel an der Straße stehe und sage, hier, Metal-Leute zum Mitnehmen, bitte, und dann kommt dann so ne, ne 40 Kilo Da Vinci Latina Bitch angefahren, die fährt natürlich weiter, ne? Die denkt sich auch so, ey, Brudi, der Mann kann mich überwältigen, ich riskiere es hier nicht, ne? Es ist genauso wie, überlegst dir das ja auch, ob du mir eine Überzahl, ob du eine Überzahl hilfst, so. Könnte immer eine Falle sein, ne? Ich bin da bestimmt nicht der Einzige, der sich so denkt, so, uh, Bruder, ey, bist du mir zu riskant, ne? Kann ich auch jeden verstehen, äh, gerade bei so einem Viehsch wie mir. Mein Arzt wollte mich im Auto nicht mitnehmen, weil er sagt, mein Rücken ist zu breit, ne? Ist so, ist so. Diese verdammten Ärzte. Scheiß Musik, ne? Schwarz. So, was ist denn momentan im Libanon los, Alter? Ich, äh, habe jetzt in letzter Zeit ein bisschen wieder auf Twitter, äh, netterweise, Bursch, Neitan, Shoyoka und so weiter, vermehrt den Nahost-Konflikt in meine Timeline gespielt bekommen. Und eins davon, äh, ist, diese Page-Aktion, ne? Es ist interessant, dass, also Neitan, Shoyoka und Dave natürlich auch, wo, ich frag mich echt manchmal momentan, soll ich unterscheiden, dass Shoyoka und Dave diese Meinung haben, oder können wir schon davon ausgehen, dass die auf Linie miteinander sind, weil, wenn wir ehrlich sind, sind die gleichgeschaltet, ne? Wie die fucking Minions oder die Viecher aus Toy Story, ne? Ich, glaub, die Zerg sind's theoretisch auch, ne? Also, da steckt ein Mastermind dahinter und der Rest kann ich denken, ne? Und Shoyoka, Dave, da wird auch einfach nur nachgequatscht, ne? Äh, der Page-Anschlag wird schwerst verurteilt, weil dabei angeblich so viele Zivilisten gestorben sind. Und jetziger Stand heute Mittag, ich hab ne Doku, ich hab ne Nachrichtensendung von Welt gesehen, es gibt 37 bestätigte Tote und 32 davon claimt die Hisbollah, also als ihre Mitglieder, ne? Find ich auch ein weirder Move, weil, wenn die Hisbollah doch ein bisschen taktisch, also normal, oder viele dieser Gruppierungen dort unten, ne, wie die Hamas auch, haben ja diese Taktik, erst mal Schrecken verbreiten und dann sich in die Opferrolle stellen, ne? So wie mit dem 7. Oktober, äh, dann instant Rückzug und sagen, Mashallah, wie sind hier die Opfer, ne? Dass die da jetzt diese, äh, die sagen, das waren unsere Leute, dafür gibt's Rache, find ich ein bisschen merkwürdig, weil das dem Plan ja entgegensteht, aber meine Güte, ne? Äh, find ich auch lustig, dass die Hisbollah gesagt hat, einer der Hisbollah-Chefs hat sich darüber beschwert, dass, äh, Israel dort ohne Moral und ohne Justiz gehandelt hat. Rudi, kannst du mal den Beschluss für deine Raketenangriffe zeigen? Was ist denn das für ein Anspruch auf einmal? Hisbollah kommt mit Anwalt, das war, das war gegen die Spielregeln, ja? Wir hatten uns auf, wir hatten uns auf, äh, Raketenangriffe auf Zivilisten geeinigt, Pager gehen zu weit. Ne? Also, die Pager haben eine extrem krasse Quote bisher, ne? Und Shoyoka, Nathan und auch Dave, äh, beschweren sich darüber, sagen, wie ungerecht das alles ist und wie, äh, wie asozial das ist, dass man das hier feiert, ne? Erstmal wird komplett weggelassen, dass es sich dabei um eine Kriegspartei handelt, ne? Die sind, also die Hisbollah hat auch nach dem 7. Oktober angefangen, Nordisrael unter Beschuss zu nehmen und die schießen einfach auf Wohngebiete, ne? Einfach grobe Richtung reicht, ne? Äh, äh, was ist unser Ziel, äh, Zarya? Süden. Ne? So, Himmelsrichtung muss reichen. So, die Israelis haben natürlich ihre Bevölkerung evakuiert, bis zu 60, also ich glaube 60.000, äh, Israelis wurden evakuiert, aus dem, äh, da aus dem Norden. Weil die Israelis halt ihre scheiß Leute schützen, ne? Die schützen ihre Leute, da ist deren Fokus drauf, ne? So, und jetzt sagen aber, äh, Shoyoka und Nathan, das mit den Pagern, das ging zu weit, das ist vollkommen nicht in Ordnung, ne? Reden dabei nicht über irgendwelche Raketenangriffe, äh, erwähnen nicht, dass die Hisbollah eine Kriegspartei ist da, die da mit, äh, die sind im fucking Krieg, ja? Die sind im fucking Krieg, ey, das ist, und das ist so absurd und Nathan quatscht sich dann wieder irgendwas von Menschen schlachten zusammen, Digga, der, der dreht komplett frei innerlich, ne? Ähm, ich frag mich halt wirklich, was solche Leute denken, was die Juden da unten machen sollen, ne? Irgendwie ist so die Erwartungshaltung, die Juden haben ja den Iron Dome, ne? Deswegen sind deren zivile Opfer immer relativ niedrig, die sollen die Aggression von den, äh, benachbarten, äh, Dschihadisten einfach, äh, ertragen. Ertrag das einfach, ne? Das ist so, das ist die Bürde, die man trägt, wenn man halt, äh, 200 Jahre weiter ist technologisch, ne? Das muss man einfach mal so hinnehmen, ne? Das Pager-Ding war krass, sind wir mal ehrlich, also es war wirklich krass. Ob da, wie das jetzt organisatorisch geklappt hat, logistisch und auch, ey, das ist einfach krass, ne? Die sind wirklich Israel smurfed da ja komplett rein, ne? Die sind den, den, äh, Dschihadisten einfach um Lichtjahre voraus, ne? Und das ist auch wieder für mich ein gutes Teil. Ich glaub, wenn die jetzt mal Realtalk, wenn die auf Full Turn-Up Ausrottung gehen würden, dann wär das Ding mit Gaza ein paar Minuten durch, ne? Abgesehen davon, dass sie den Atom macht, von daher ist dann eh alles egal, ne? So, KuchenTV hat Dave gedoxt. Mashallah, das ist ja interessant, ne? KuchenTV hat Daves vollen Namen gezeigt. Ah, nur eine andere Sache. In den Kuchen-Files, manchmal hat Kuchen so solche Tweets abgegeben, wie, ich glaube, Dave steckt hinter den Kuchen-Files, ne? Dave ohne seinen vollen Namen, nur, nur Dave. Das haben die auf den Kuchen-Files zensiert. Und Shuyoka hat das in ihrem Stream vorgelesen, auch zensiert und hat gesagt, nnnn, hat Kuchen-Files erstellt. Hier, also, nur, nur, damit ihr Bescheid wisst, dort steht ein beliebter deutscher Vorname mit vier Buchstaben. Digga, Entschuldigung, spielen wir hier Scharade oder was? Dave nennt sich selber Dave Mitte-Links. Oder hat sich lange so genannt, ne? Jetzt heißt er Ocelot 161 oder so, ne? Und ich weiß nicht, ob immer noch Dave in seinem Profil-Bild steht. Ich glaube, auf YouTube heißt er immer noch Dave-Links-Der-Mitte. Es ist jetzt, also Dave ist wirklich noch kein Dox, ne? Ah, ne, er nennt sich nur noch Links-Der-Mitte. Also, er nennt sich nicht mehr Dave. Hat er sich aber mal, er kann jetzt nicht erwarten, dass das irgendjemand respektiert. Er ist ja auch nicht gerade groß im Respektieren von Dingen, ne? Naja, und KuchenTV hat mal seinen kompletten Namen rausgemittelt, den ich jetzt hier mal nicht nennen werde. Den könnt ihr auch mal in KuchenTV finden. Plus, äh, quasi seinen Job, weil er steht auf irgendeiner Internetseite, ne? Also er steht mit so seinem Gesicht auf so einer, von irgendeiner Firma. Das ist ein Spieleentwickler, er ist Level-Designer oder sowas, ne? Bin ich mir jetzt aber 100% sicher. Irgendwas mit Levels auf jeden Fall, ne? Ja, das hat dem guten Dave natürlich gar nicht gefallen. Hat er als Doxing bezeichnet. Ist interessant, ne? Weil der gute Dave ja bei, bei Sinan, bei, äh, wie heißt er nochmal? Bei Erwin, bei, äh, Nemesis glaube ich auch. Da wurden volle Namen genannt. Immer schön auch Unterstützung für Alerta, ne? Der, dieser hat das jetzt ja auch gemacht mit dem Doxing, ne? Jetzt trifft es ihn. Oh, das ist gar nicht okay. Und dann kommt diese herbeifantasierte Gefahren, ne? So, dann kommt dieses, oh, der, ein, der Name eines antifaschistischen Aktivistes vor einer rechten Community. Puh, bitte. Ey, sorry, aber die Angriffe von Nazis in Deutschland auf Antifaschisten hält sich extrem in Grenzen, ne? Da ist mit Lina E, ah, oh, übrigens hat Real Talk, Real Fucking Torchoyoka, die Hisbollah mit Lina E verglichen. Und dann noch gesagt, wie kann es sein, dass man einen Angriff gegen die Hisbollah feiert, aber Lina E halt, äh, verurteilt? Also sie hat Lina E nicht aussprochen, aber sie hat es umschrieben. Es geht offensichtlich um Lina E. Digger. Was Lina E da gemacht hat, ist fucking Selbstjustiz. Das andere ist ein Krieg. Da sind zwei Parteien in einem Krieg involviert. Das ist eine ganz andere Dimension. Das ist nicht loslaufen und randoms mit einem Hammer zusammenschlagen, weil könnte rechts sein, äh, Tarnkappenhose, ne? Camouflage, nicht Tarnkappe, das wäre ja eine dreigige Hose, nehme ich an, ne? Ey, und sie hat die Hisbollah Hasboullah genannt, weil sie nicht weiß, wie diese Gruppe heißt. Das hatten wir ja schon bei den, äh, wie heißt das, bei den Uiguren hat sie ja auch reingeschissen mit dem Namen. Dann sagt sie immer, ach, ich bin so schlecht mit dem Namen. Nein, du bist ungebildet. Du redest über Themen, wo du, also, guck mal, wenn du dich über ein Thema beliest, dann liest du am Anfang die Namen falsch. Aber ab einem gewissen Level an, äh, nachlesen, an Recherche, das ist das schöne Wort, Recherche, solltest du ja mal irgendwen den Scheißnamen aussprechen gehören haben, ne? Aber nein, nein, ne? Auch hier, ey, bitte. Es gibt so einfach so jihadistische Gruppierungen, von denen hat, glaube ich, jeder von uns mal gehört, ne? Taliban, Al-Qaida, äh, hier Boko Haram, ne? Das sind die Hamas und Hisbollah, davon hat eigentlich jeder mal gehört. Genauso wie man die Aryan Brotherhood kennt, irgendwie, ne? MS-13, man kennt sowas, niemand weiß so genau von uns, was die machen. Äh, Platten, Ana, Combat 18, sowas kennt man doch, oder? Also man, ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie ein bisschen zu viel Knast-Dokus gucke, aber man kennt doch so ein paar extremistische, äh, Organisationen, oder? Man müsste ja vor allem meinen, wenn man so aktivistisch aktiv ist, wie Shoyoka, und das sind die Hisbollah und die Hamas sind ja theoretisch auch so, also die Hamas auf jeden Fall hat nationalistische Ambitionen, ne? Den geht's ja um Irlen, ne? No Borders, no Nations, außer Palästina, ne? Dann müsste man die doch eigentlich als Linke, die müsste den, auf dem Schirm haben, denke ich mir so, aber, ey, anscheinend hat man gar nichts auf dem Schirm, ne? So, wo war ich jetzt? Jetzt hab ich mich mit dem Backtracking wieder komplett aus dem Leben geprügelt. Ähm, also Dave wurde gedoxet, also der wurde schon vor Monaten gedoxet von einem anderen, aber... Ach so, dieser beifantasierte Gefahr, das macht zum Beispiel Dekalent auch gerne. Redet von irgendwelchen Abschusslisten von Nazis, auf denen er stehen würde. Klar, kommt ständig vor, dass deutsche Streamer von Nazis getötet werden. Ey, aber es könnte ja... Irgendwer muss ja der Erste sein, ne? So nach dem Motto, ne? Aber als Tobias Hoch unter seinem Minecraft-Namen gestreamt hat, wurde er von Karl gedoxet. Hoch meinte, er hätte es ihm verziehen. Ich denke mir aber so, ey, wenn du solche Ansprüche an andere stellst, ne, muss auch das Backtracking quasi dazu okay sein, ne? Damals hoch steht auf der fucking Todesliste vom IS, ne? Der hatte echten Polizeischutz und alles, ne? Das ist ein bisschen was Ernsteres. Und, äh, Karl hat ihn da wohl gedoxet und hat verraten, wer... Also, unter diesem Minecrafter war er nicht als Tobias Hoch, sondern halt anonym, ne? So Aktionen sind okay, aber, äh, sowas geht gar nicht, ne? Oh, mein Vater hat mich krank, weil ich nie in die Kneipe komme, hm? Wahrscheinlich gehe ich heute... Wahrscheinlich werde ich für dieses Wochenende auch meine Keto-Diät brechen. Ich habe jetzt zweieinhalb Wochen Keto-Diät gemacht und es klappt doch wirklich gut. Aber morgen treffe ich mich ja mit meinen, äh, hier Kollegen. Da werden auf jeden Fall ein paar Bierchen reingehen, ne? Ich habe jetzt 18 Tage nichts getrunken, war es auch okay. Hoffentlich knallt nicht zu sehr, ne? Aber ich habe echt überlegt, ey, ob ich Schnaps mit Cero-Getränken trinke. Aber, ey, ich habe zu viel Angst vor Schnaps, ne? Ich trinke nie Schnaps in meinem Leben eigentlich, ne? Und die zwei, drei Schnapsungen, die ich hatte, sind immer schlecht ausgegangen. Deswegen habe ich eigentlich wirklich Angst vor Schnaps, ne? Kann ich Angst nicht, das richtige Wort. Aber ich habe auch einfach keinen Bock, ne? Ich habe keinen Bock, mir die ganze Zeit Gedanken machen zu müssen. Uh, uh, kommt der Schnaps noch hin herum oder so? Uh, man weiß es nicht, ne? Dann lieber, ey, Bierchen, da bin ich Profi drin. Das kann ich, das, weißt du, da hat man einfach seine Konsumerfahrungen, ne? Schnaps ist übrigens, Schnaps ist das Kokain unter den Getränken, so. Irgendwie absolute Eskalationsstufe hier reinbringen. Ja, aber diese selbst beigedichtete Gefahr, dann auch Neid, da macht das ja auch, ne? Ich habe meine Verlange abgehangen, weil die Nazis mich besucht haben, ne? Digga, ist auch, ey, diese Neidhan-Mutter-Geschichte, ich weiß nicht, wer ihr kennt, die ist ja so absurd, ne? Neidhans Mutter hat mehrere Immobilien. Einer davon wohnt er und in einer wohnen Nazis. Diese Nazis haben angeblich schon mal, als sie, also auf irgendeiner Feier hat sich, hat seine Mutter ein, zwei Gläschen getrunken und konnte deswegen kein Auto fahren mehr. Irgendwie so war das. Und dann hat der Nazi angeboten, sie mit nach Hause zu nehmen, ne? So. Auf dem Heimweg im Auto hat der Nazi dann gedacht, jetzt wo ich und Neidhans Mutter zu zweit sind, eröffne ich mal eine offene Debatte über Rassentheorien, ne? Und wäre da wirklich freigedreht, so was das angeht, ne? Rassentheorien heißt wahrscheinlich, er hat sowas gesagt, wie es gibt Ausländer. Es ist halt, das Ding ist, man muss halt immer noch Neidhans rechte Übertreibung mit draufrechnen, wenn man sich fragt, was da wirklich gesagt wurde. Ich kann es nicht einschätzen, aber, ey, so 0815-Random-Gespräch auf Rassentheorien kann ich mir nicht so vorstellen, aber gut, meine Güte, ne? So, diese Rassentheoretiker wollten dann das Haus kaufen, in dem sie wohnen, ne? Was auch, was sie halt von Neidhans Muttern vermiedet bekommen, ne? Daraufhin hat Neidhans Mutter gesagt, 1616, ich verkaufe nicht an Nazis. So hat er at Real Talk gesagt, sie hätte abgelehnt, also sie hat es ihnen nicht gesagt, aber sie ist jetzt nicht zu denen ins Gesicht gesagt, ich verkaufe nicht an Nazis, sondern sie hat zu Neidhans Mutter gesagt, ich verkaufe denen das Haus nicht, weil sie Nazis sind. Aber deins können sie sich mal angucken. Okay. War das andere Haus zu gut für Nazis? Aber Neidhans geht schon klar, die Geschichte macht vorne hinten keinen Sinn, ne? Dann kamen diese Nazis zur Hausbesuchung, äh, Besichtigung, Entschuldigung, ne? Und haben sich, und Neidhan hat mal alle seine aktivistischen Flaggen abgehangen, damit diese Nazis nicht wissen, dass er ein Anti-Faschist ist. Weil die natürlich auf Worte und Stelle direkt das Götterurteil gesprochen hätten, ist klar, ist klar, ne? Aber diese selbst herbeifantasierten, äh, Gewalt, also Bedrohungen erklären auch, weil um die Hälfte von denen Therapie ist. Ganz ehrlich, sich selber so doom zu scrollen mit irgendwer, also das ist ein anderes Thema noch, ne? Aber die scrollen sich doom aus der Hölle den ganzen Tag. Uh, 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 hier, hier, oh, alles schlecht, alles schlecht, oh, oh nein, Rechtsrück, Drittes Reich, wir stehen wie immer kurz vor 33, kurz vor 33, äh. Und dann wird auch noch irgendwie jeder, der, jeder als absolut Gewaltbereiter, äh, herbeifantasiert. Ich weiß nicht, wie die das becken, ne? Gleichzeitig hat er dann aber zum Islam gesagt, letztens. Er hat ja mal wieder über die Kirche abgerantet. Das hat, das hat Finesse ja auch gemacht, ne? Die Kirche, Kirche wird ständig so als, als der Kinderbumserverein dargestellt, so quasi. Die Kirche macht nichts anderes, ne? Man kennt die für nichts anderes, außer, dass sie sich an Kindern vergehen, ne? Und dann meinte jemand so, ey, so findest du das nicht ein bisschen komisch, immer so übertrieben, auf der Kirche rumzuhacken, aber den Islam vollkommen in Ruhe zu lassen. Das war, da ging es aber, bei Naitan ging es um Thema Frauen, ne? Und dann meinte Naitan so, wo ist der Islam denn krass gegenüber Frauen? Bruder, ist diese Frage gerade ernst, Digga? Ja, also, hast du schon mal von Ehrenmorden gehört zum Beispiel? Voll, erzwungene Vollverschleierung, ne? Und jetzt mal außerhalb von Deutschland geht das ja noch anders wild ab, ne? Ey, wie kann man so sagen, das Christentum, das ist auf jeden Fall radikal, oder? Was ist das Problem mit dem Islam? Ey, das ist so merkwürdig, ne? Weil gerade das westliche Wischiwaschi-Christentum, was hier ausgelebt wird, ne? Das ist ja die harmlose Art von Religion, die wir haben, ne? Die mir so einfällt, neben irgendwelchen Öko-Hippies, ne? So, es gibt natürlich auch Hardcore-Christen, also die Zeugen Jehovas sind, glaube ich, auch so eine Art Christen, ne? Oder so Freikirchen, Orthodoxe und so, ey, klar, die sind krass, da gibt es auch krasse Sachen, die müssen auch, die nehmen wir halt nicht so als Gefahr wahr, weil die halt Gott sei Dank eine Größe haben, die sie irrelevant macht, ne? Aber unter den Weltreligionen dann zu sagen, und Islam, vollkommen harmlos, Digga, da merkt man direkt, der hat aus einer gewissen Richtung halt einfach Angst und das Ding ist ja auch, ich glaube nicht mal, dass Nathan da Angst hat, dass ihm irgendwie ein Islamist jetzt aufs Dach steigt oder so, sondern Kritik am Islam wird ja innerhalb der Linken auch oft dann direkt als Rassismus abgetan, ne? Deswegen musst du in die Richtung einfach aufpassen, was du sagst, weil du sonst innerhalb der Bubble exkommuniziert wirst, oder wie das bei John Wick heißt, dann darfst du nicht mehr in die Hotels rein, ne? Da wird auf jeden Fall der Ball flach gehalten, ne? Apropos linke Dummschwätzer, ich habe noch einen, ich habe einen Arbeitskollegen momentan, ne? Ich kenne ihn schon seit vier Jahren jetzt wirklich, nur seit ich da bin. Und Walla und Habibi. Der hat vorher einen Bahnhof geschafft, wo ich auch schaffe, und, ähm, ist da nicht unbedingt durch eine hohe Arbeitsmoral aufgefallen. Eher so einer, komm ich heute nicht, komm ich morgen, ein großes Stück an, äh, an Fehltagen, krank und so, ne? Auch die, auch mit, mit Geschichten, die jeder durchblickt, dass so nicht stimmen, ne? Auch so Aktionen wie, bin krank, aber auf Rock am Ring, so, ne? Sehr auffällig, dass da den WhatsApp-Status zu posten und so ein Scheiß, ne? Der hat aber vor einer längeren Zeit, ich glaube ein bisschen mehr als ein Jahr jetzt, den Bahnhof gewechselt, ne? Und seit er an diesem neuen Bahnhof ist, war der, ist der so gut wie gar nicht mehr krank und, äh, ja, schafft einfach, ne? Aber auch, jetzt bin ich momentan zu Besuch an diesem Bahnhof und Mashallah, was muss ich da hören, ne? Digga, der führt sich an diesem Bahnhof auf, als wäre der schon seit immer bei der Bahn, als wäre es der krasseste Ficker. Wir haben, in dem Bahnhof, wo ich bin, haben wir so einen Kerl, ne? Der ist um die 60, dem sein Vater ist Bahner, dem sein Vaters Vater ist Bahner, der, er lebt in der Nähe der Bahn, wenn, wenn nix läuft, geht er trotzdem mal gucken, was so über den Ablaufberg läuft, der ist 200% Bahner und der hat, im Prinzip hat der andere Kollege, der jetzt in dem neuen Bahnhof ist, der vorher faul war, dem seine Attitüde übernommen, ne? Also der drückt sich immer noch, der ist immer noch keiner, der, der jetzt, sag ich mal, viel schafft, ne? Der ist jetzt nicht unbedingt für Fleiß bekannt, ne? Aber der sitzt dann da und quatscht so, als wäre er seit 200 Jahren bei der Bahn, man hätte immer schon alles verstanden, ne? Oh ja, oh ja, brauchst du mir da erzählen, ne? Hat mir hier in der Schicht Anja abgedrückt, Han, ne? Ich hab die Füße nicht auf dem Boden gekriegt, da kann die Spätschicht ruhig auch mal was machen, ne? Bitte, was? Ey, das ist so absurd und das ist so richtig, als ob der eine Persona larbt, ne? Der, der spielt einfach eine andere Persönlichkeit. Spätschicht? Boah, sowas habe ich noch nie gesehen. Junge, das ist ultra stressig, ne? Auch die anderen, die blinken das natürlich, jetzt nicht so, dass die anderen mir das abkaufen, ne? Man weiß ganz genau, wie der ist, aber ey, das ist, das ist wirklich merkwürdig, ne? Na ja, na ja. So, jetzt, das sind jetzt alle Themen, die ich mir spontan aufgeschrieben hatte, ne? Wurde noch was hier reingeschrieben. Ich hatte eben aufgerufen, schickt mir doch bitte, schickt mir bitte Themenvorschläge. Aber es kamen keine neuen. Sehr schade, ne? Sehr schade. Er kommt in die Telegram-Gruppe, Alhamdulillah. Da gibt es jetzt ganz viele Sticker von mir. Da sind echt ein paar lustige dabei. Ich muss sagen, ich fühle diesen Sticker crying, ne? Ich hoffe, ich kann, ich will in nächster Zeit eigentlich auch mal wieder mehr Videos machen, ne? Es macht eigentlich, das Ding ist, wenn ich so Themen habe, ey, wenn irgendwer sich mit Reddit auskennt, wispert mich mal, ne? Ich muss mich mal mit Reddit auseinandersetzen, dass man, weil ich glaube, Reddit ist ein guter Ort, um sich zu Themen zu belesen, neue Themen zu finden und eine gewisse Expertise anzueignen, um dann auch darüber reden zu können, ne? Weil ich würde... Oh, Leute, ich gucke gerade auf Twitter. Ein Thema haben wir noch. Alhamdulillah. Kennt ihr diese Compilations, wo irgendwas passiert, ne? Also, zum Beispiel, jetzt Baustellen-Compilation. Es fällt ein Kran um, ne? Dann kommt so ein Typ mit einem Helm und guckt so in die Kamera. Dann guckt der woanders hin. Dann kommt noch ein Baustellen-Clip. Dann guckt der wieder in die andere Richtung. Und dann tut er so, als wäre er ein Vorarbeiter auf dieser Baustelle, so mäßig, ne? Wo ganz viel Scheiß... Digga, das ist so nervig. Schreib, schneid doch einfach eine Zusammenfassung, einen Zusammenschnitt lustiger Clips. Warum musst du deine scheiß Fick-Visage da rein zwingen, du Narzisst, ne? Und vor allem, wer guckt sich das an und denkt sich so, ja, das ist mir lieber, als wenn die Clips nur zusammengeschnitten sind? Das ist so richtig dieses Dora the Explorer-Shit, Alter. Oder, oh, ich muss wissen, dass das Lust... Oder, nee, das ist das falsche Wort, aber so tunhaft, man. Oh, ich brauche ein Signal, dass ich weiß, dass gerade ein Witz passiert ist. Ich brauche den nicht, ehrlich gesagt. Ich habe Humor, ne? Boah, ey, wirklich so... Das Level, auf dem einem heutzutage teilweise der Content vorgekaut wird schon, so. Das ist für mich richtiges Vorkauen. Finde ich erschreckend, ehrlich gesagt, so, ey. Aber es funktioniert ja. Es scheint ja einen Markt dafür zu geben, ne? Also, oder... Der macht das ja nicht so vor den Lulz, ne? Vielleicht am Anfang mal, aber... Irgendwer hat ihn ja bestärkt darin, das weiterzumachen, ne? Boah, das regt mich so auf, ne? Naja. Gute Leute. Schickt mehr Themen, ne? Ihr könnt mich da auch gerne wispern. Discord, Telegram, äh... Twitter, ne? Wisst ihr Bescheid? Alhamdulillah. Und, äh... Gottstrafe Vodafone. 4스� 1 2 3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 6 6 6 7 6 7 7 7 8 5